Willkommen in der Hellermann Titan Akademie, dem Ort von Profis für Profis. Wir entwickeln auch Produkte für besondere Branchen, zum Beispiel die Lebensmittelindustrie. Dieser Artikel hat besondere Metallanteile. Dadurch kann er durch Magnetismus oder durch Röntgengeräte gefunden werden. So einfach funktioniert das. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch über weitere Produkte für die Lebensmittelbranche informieren, klicken Sie einfach auf diesen Link. Viel Spaß mit Produkten von Hellermann Titan.